Stefan Frischknecht, Sie sind Leiter Aktien Schweiz bei Schroders. Börsen sind im Erholungsmodus. Wie nachhaltig ist die Aufwärtsbewegung? Nachdem wir einen rechten Dämpfer bekommen haben Anfang Oktober, erwarten wir, dass kurzfristig weiterhin gewisse Volatilität im Markt bleibt. Aber langfristig sprechen sehr viele positive Faktoren für den Aktienmarkt. Sie haben es angesprochen, es wird volatiler werden, wobei die Volatilität in den letzten Tagen wieder gesunken ist. Ist das eine gute Gelegenheit, sich zu absichern? Wir bei Schroders als langfristiger Investor verfolgen keine Absicherungsstrategien. Wir sind der Meinung, wenn man in Aktienmärkte investiert, dann soll man einen langfristigen Horizont haben. Dann muss man sich nicht darüber aufregen, ob es jetzt vielleicht mal ein paar Wochen abwärts geht. Wir sind in der Mitte der dritten Quartalszahlensaison. Haben diese Zahl Ihren Erwartungen entsprochen? Es ist ein ähnliches Bild wie schon seit Anfangsjahr. Das heisst durchzogen. Von insgesamt 14 namhaften Firmen haben sieben Firmen die Erwartungen nicht erfüllt. Die anderen teilen also fünf, die sie nicht betroffen haben und zwei, die etwa in der Mitte waren. Bleiben wir kurz bei den Aktien. Welche Aktien würden Sie empfehlen aus langfristiger Perspektive? Wir sind der Meinung, dass gerade durch die Korrektur, die kürzlich stattgefunden hat, im Small- und Mid-Cap-Bereich innen wieder die eine oder andere Situation sehr interessant ist geworden. Schauen wir uns noch rasch die Sektoren an. Würden Sie sagen, dass wir eher im defensiven Sektor oder im zyklischen Sektor stärker gewichtet sind? Also, vielleicht jetzt gerade durch die volatile Phase ist es klar, da werden die defensiven Sektoren besser abschneiden. Aber man sollte nicht vergessen, die sind schon sehr stadtlich bewertet. Und wir sind der Ansicht, dass sich insbesondere, wenn sich das Ganze wieder beruhigt, die Chancen viel eher wieder in den zyklischen Sektoren zu finden sind. Viele Investoren sagen, es gibt keine Alternativen zu Aktien. Was ist da Ihre Meinung dazu? Ja, wir sind in der Tat der Meinung, dass es relativ wenig Alternativen zu Aktien gibt im momentanen Tiefzinsumfeld. Das ist besonders der Fall in der Schweiz. Die zehnjährige Obligation von der Eidgenossenschaft rentiert weniger als ein halbes Prozent pro Jahr. Die Dividendenrendite bei Schweizer Aktien ist 3 Prozent. Also, das spricht einiges für Aktien. Und was wir vielleicht auch noch beimischen, sind andere sogenannte Realwerte, Immobilien. Und allenfalls mit einem sehr langfristigen Horizont auch im Bereich von alternativen Anlagen. Jetzt gerade im Bereich Aktien und Immobilien sagen nicht wenige Marktbeobachter, es könnte eine Blase geben. Macht Ihnen das keine Angst? Also, wenn das eine Blase ist, dann ist das, was im Obligationenmarkt stattfindet, wahrscheinlich die Mutter dieser Blase. Und insofern muss man schon sehen, unsere Präferenz für den Aktienmarkt ist eine relative. Die Bewertung, so wie sie heute ist, ist im historischen Vergleich nicht extrem günstig, aber sehr, sehr günstig im Vergleich zu Obligationen. Und die sogenannte Risikoprämie, die man auf dem Aktienmarkt verdienen kann, die ist immer noch auf einem sehr, sehr hohen historischen Stand. In diesem Fall würden Sie auch einem Anleger empfehlen, jetzt noch eine Aktie zu kaufen, wenn er bislang noch keine Aktie gehabt hat? Dort empfehle ich immer, dass man nicht alles auf einmal in den Aktienmarkt hinein tut, sondern dass man graduell vorgeht. Das heisst, dass man also effektiv über die nächsten 12 bis 24 Monate langsam würde seine Position aufbauen, weil sonst könnte es dann wirklich gerade so treffen, dass er in einem relativ schlechten Zeitpunkt alles ins Geld in den Aktienmarkt hinein tut und dann mehrere Jahre braucht, bis er effektiv wieder auf einen ursprünglichen Einstand kommt. Herr Frischknecht, vielen Dank für das Gespräch.